Was ist das denn? Cave Carrot und Kohle. Oh, damit können wir unsere Energie wieder ein bisschen auftanken. Und eins tiefer. Noch mehr Kupfer. Oh, falsche. Und noch eine Leiter. So, unglaublich ruhig hier unten. Quarz. Quarzi, Quarz, Quarz. Ich mag Quarz, magst du Quarz? So viel Quarz. Können wir das auch verkaufen? Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Okidoki. Wo war die Leiter da oben? 52, okay. Äh, Hilfe. Hilfe. Geh weg. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Oh Gott. Mami, Hilfe. Lass mich, lass mich. Geh. Flatsch. Was ist mit dir? Oh, okay. Also diese Schleime sind... Geh doch mal endlich tot. 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 Boah. Okay, hier ist noch so ein Schleimi. Böö. Böö. Was? Oh, was wurde ich jetzt vergeben? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Manu, lass mich in Ruhe. Auf. Versteck dich nicht. Au. Verdammt. Au. Und, oh nein. Verdammt. Hier, ich esse mal das hier. Ja. Yum, 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 yum. Okay. Set. Äh, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich gucke mal, ob es hier noch irgendwie... Die sehen doch aber ein bisschen aus wie die... Oh. Erreiche Level 14. Was? Oh Gott, hier ist echt viel los. Ich glaube... Äh, ja. Ich gehe mal wieder... Ach, hier ist ein Fahrstuhl. Warte mal, wir haben Schleim, wir haben Kudel, wir haben Sepp. Koffer habe 20. Komische Geräusche in meiner Wohnung. Und Null. Und Null. Gut. Na, war doch endlich... Ein schöner Ausflug. Kommen wir hier jetzt eigentlich schon rein? Hallo? Proven Adventures only. Aber was ist denn ein geproovter Adventurer? Hier ist auch noch was? Da kommen wir nicht rüber. Kommen wir hier endlich noch irgendwie? Nein. Okay. Ich würde sagen, es ist 6.20 Uhr. Nee, ich glaube, wir gehen... Ich gehe mal hier nach Hause. Energie haben wir endlich noch ein bisschen. Da ist Lauch. Bei Linus ist Lauch. Schnell, schnell zu Linus und seinem Lauch. Platz da. Hallo? Ach so, wir haben ja gar keinen Plan. Okay, bei Linus ist es also Lauch. Mist. Mist, 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 Mist. Bam, 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 bam. Das können wir auch nicht mitnehmen. Oh, wir brauchen unbedingt diesen Rucksack. Ich möchte gerne diesen Rucksack. Okay. Was können wir denn verkaufen? Ich mache das mal hier mit rein. Und das auch. Und das auch. Und... Geh doch bitte in den Mülleimer. Muss ich da vielleicht irgendwie was... ...halten, festhalten. Nein. Das nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Manu. Ich bin traurig. Wieso geht das nicht? Ich möchte es doch einfach nur wegschmeißen. Okay, egal. Das hier können wir wegmachen. Die können wir wegmachen. Ähm. Tulpen. Ja, wir brauchen aber Geld. Das. Da können wir noch ein paar Bäume pflanzen. Okay. Das möchte ich da reinmachen. Das möchte ich da reinmachen. Das möchte ich da reinmachen. Und das auch. Okay. Dann gehe ich jetzt schlafen. Schon wieder deprimiert. Mäh. Mäh. Wie? Nun, das ist aber nicht viel. 60. 350. 200. Naja, gut. Mäh. Der Hane hier schreit. Oh. Hallo. Hey, Lulu. Diehst du diesen Hund hier? Ja, der ist so groß wie du. Ich habe ihn draußen am Eingang leider Farben gefunden. Und ich denke, er ist ein Streuner, das arme Ding. Hey. Ich glaube, er mag den Ort hier. Und, ähm. Wenn du denkst, du könntest, du könntest ihn auf, du könntest auf deiner Farme einen guten Hund brauchen. Oder könnte er, ja. Snooch. Snooch. Snooch ist geil. Ich lasse Snooch. Okay, Snooch. Du bist ein guter Pooch. Okay. Okay. Snooch, unser Pooch. Oh, das ist gut. Wo ist denn Snooch? Oh, sind die fertig? Oh, die sind ja fertig. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Äh, nein. Nein. So. Sehr gut. Das machen wir da rein. Das machen wir auch da rein. Gießkanne. Und erstmal gucken. Post. Ich habe gesehen, dass du die alte Miene erkundet hast. Du hast wirklich Abenteurer Sinn. So viel kann ich dir sagen. Wenn du zehn Schleime tötest, hast du dir den Platz in der Abenteurer-Gilde verdient. Sei vorsichtig, Marlon. Ah, okay. Und die Tulpe ist auch fertig. Der Marlon. Zehn Schleime. Wie viele Schleime hatten wir denn schon? Zwei oder so, ne? Ich gucke gleich nochmal in die Kiste. Und dann habe ich hier irgendwas schon erledigt? Initation. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, oh, Wednesday. Wednesday hat leider niemand auf. Da haben die nämlich geschlossen. Gib mir doch mal bitte... Ich möchte das hier bitte... Ich möchte das hier bitte wegschmeißen. Vielleicht funktioniert es ja irgendwann. Aber nur vielleicht. Ich glaube, da ist hier etwas viel am Platze. Und... Und... Dich werde ich auch mal abpacken. Oh, so schön, wie die ganzen Schmetterlinge daraus fliegen. Und dann werde ich mal gucken, wo wir denn eigentlich... Mach doch hier mal Platz. Wo wir denn unser... Unser kleines Wäldchen anlegen. Habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich kümmere mich später darum. Jetzt muss ich erstmal... Weiß ich gar nicht. Was mache ich denn jetzt? Auskriegen, wie man diese Zeitung wegwirft. Das wäre gut. Das wäre wirklich gut. Ähm... Und wir kennen auch noch nicht alle Leute. Kann man... Das geht. Wieso geht das? Warte. Äh, das? Okay. Das geht komischerweise. Dann muss ich halt immer diesen Umweg gehen. Okay. Samstag. Ah ne, Donnerstag. Ne, Mittwoch. Wednesday. Wie komme ich denn auf Samstag? Ich gehe mal schnell gucken, wann das Eier fest ist. Bäm, 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 bäm. Und dann gehen wir vielleicht Schleimel jagen. Ups. Nein. Ich möchte gerne. Ich möchte gerne. Nein. Ich möchte gerne. Nein. Hallo? Wieso? Ich möchte aber hier auf den... Ich möchte aber hier auf den... Hier. Genau. Am 13. Also am Samstag. Und heute ist Vincents Geburtstag. Emily kennen wir, glaube ich, noch gar nicht. Müsste ja irgendwo hier stehen. Das ist doch die Emily, oder? Oder wir finden jetzt einfach mal schnell... Ich glaube... Oh. Um 12. Vielleicht gehen wir erst mal kurz in die Mine. Und dann... Ne, das ist Abigail. Und holen uns die 10 Schleimer. Schleimmaß. Müssen wir hier nicht auch noch irgendwas machen? Ich weiß es nicht mehr genau. Ach, die Wege sind immer so weit. Hey, Linus. Ich kenne dich nicht genug, um dir zu vertrauen. Sorry. Ach, ich habe auch nichts dabei, was sie ihm geben könnte. Aber da oben ist Lauch. Näh. Wer wäre denn gleich mit dem Fahrstuhl? Tatsache. Kommt her, ihr Schleimer. 10 brauchen wir, ne? Aua. Äh. Komm schon. Ach. Ich bin echt... Geh doch einfach tot. Geh doch einfach tot. Oh. Ein Amethyst? Ein Amethyst. Tössst. Aua. Oh, jetzt wurde ich verschleimt. Wurde angesleimt. Oh, Mann. Wie schlecht kann man denn sein? Geh doch tot. Das ist echt mit so einem Schrottschwert. Aua. 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 Zwei Schleimer. Ups. Hä? Achso. Das? Das. Da ist noch so ein komisches... Komisches Vieh und da ist noch ein Schleim. Warum seid ihr so böse? Ihr seht so süß aus. Au. 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 Jetzt wurde ich schon wieder angeschleimt. Aua. Oh, mein Gott. Meine Gesundheit. Oh, warum ist der so böse? Höh. Nicht mal Schleim hat er uns gegeben. Verdammt. Meine Gesundheit. Ich bin schlecht. So schlecht. Ich habe nicht mal was zu essen. Oh, ich muss daran denken, mir immer was zu essen mitzunehmen. Ich gehe jetzt mal schnell, weil sonst das geht nicht. Das geht nicht. Könnten wir? Wir könnten uns doch theoretisch einen Ofen jetzt bauen. Und wir haben noch 20 Koffer. Aber wir haben Platz für den Lauch. Das finde ich gut. Moment. Okay. gib mir Lauch. Gib mir Lauch. Yay. Hey, Linus. Willst du einen... Willst du einen Amethysten? Das macht nicht viel für mich. Kannst du mir wiedergeben? Kannst du ihn mir wiedergeben? Linus? Linus? Ja. Einmal einen Amethysten verschwenden, bitte. Verdammt. Wieso? Ich dachte, ich bin mal nett. Aber nein. Aber nein. Aber nein. Wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin? Ach, in den Salon. Da ist die Maru. Können wir den Narzissi ja auch noch mitnehmen. Das war jetzt ein Reinfall. Hier ist gerade keiner, ne? Oh! Der grüne Alke. Super. Hey, Granny. Da ist sie. Die kennen wir, glaube ich, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Hallo. Emily. Ich habe Gerüchte gehört über seltene und kraftvolle magische Ringe. Forget long ago. I forget. Forged. Forged? Was heißt Forged? Nochmal. Bla, bla, bla. Lange. Lange Zeit. Von vergessenen Zivilisationen. Ich bin mir nicht sicher, ob es wahr ist oder nur ein Märchen. Hm. Gut. Eine kennen wir noch nicht. Vielleicht warten wir hier einfach. Trinken was? Können wir mal was trinken? Das ist die Pam. Brot. Salat. Ach nein, wir gehen eh gleich ins Bett. Bierchen. Hm. Hm. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Menno. Hey Alex. Magst du gehören? Ich glaube nicht, dass der das mag. Sieht wie ein guter Tag aus, um Fangen zu spielen. Wenn du kein Mädchen wärst, würde ich dich fragen, mit mir Fangen zu spielen. Ich sag einfach mal das. Wirklich? Underestimated you. Achso, ich denke, ich habe dich unterschätzt. Und meine Arme sind ein bisschen schwach oder ausgelaugt, aber vielleicht nächstes Mal. Hey, vielleicht kommen wir doch noch mit dem Alex. Klar. Irgendwie. In naher Zukunft. Was wollte ich denn jetzt machen? Dich kennen wir schon. Achso, ich wollte ja mal gucken, wen wir denn überhaupt noch nicht kennen. Wo waren wir denn? Waren wir denn schon überall? Emily und Hailey. Is das ein verlorenes Buch? Super Fashion Girl Magazine. Das Einzige, was ich übe an dieser Stadt mag, ist der Strand. Der Ofen riecht süß und nach frischen Cupcakes. Yummy. Giving gifts is a great way to bid franchises. And you'll be popular. Give someone a gift. Wir sollen also jemandem ein Geschenk geben. Haben wir doch schon. Aber das war das Falsche. Das ist, äh, das war etwas, das war etwas, das war etwas sehr doof von mir. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.